Willkommen zu einem neuen MedMacher Video. Heute gucken wir uns an, wie man die Honigmenge in Kilogramm für einen Ansatz mit einem gewünschten Volumen bei Gärstart im Voraus berechnen kann, also noch bevor ihr Honig kauft. Es ging ja mit Sicherheit schon jedem so. Ihr habt einen Ansatz geplant, sagen wir mal mit 30 Liter Volumen bei Gärstart. Das setzt ihr nach Grundrezept an, also ein Gewichtsteil Honig und zwei Gewichtsteile Wasser. Wie ihr ein Med nach einfachem Grundrezept ansetzt, habe ich euch hier in diesem Video bzw. in dieser Playlist gezeigt, die verlinke ich euch da oben. Ja und theoretisch würdet ihr jetzt einfach 10 Kilo Honig nehmen und 20 Kilo bzw. Liter Wasser. Und dann kommt die Ernüchterung. Ihr habt ihr einen 30 Liter Speidelgetränk gefasst. Die Dinger sind richtig super. Ich packe euch einen Link dazu in die Beschreibung. Da sind auch noch ein paar andere Links zu anderen Gärfässern zu finden. Wenn ihr darüber was kauft, bekomme ich eine winzige Provision. Für euch wird das Ganze aber nicht teurer. Hilft dem Kanal sehr. So, hier habt ihr also den 30 Liter Speidelbehälter und wenn ihr da 30 Liter reinfüllt, ist der Flüssigkeitsstand ungefähr beim blauen Pfeil. Ja und jetzt habt ihr hier den roten Pfeil. Und ungefähr da landet ihr, wenn ihr 10 Kilo Honig und 20 Liter Wasser zusammen da reinpackt und das verrührt. Warum ist das so? Bevor es weitergeht, möchte ich euch gerade schnell bitten, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und drückt auch auf die Glocke, dann bekommt ihr es immer mit, wenn ich neue Videos raushaue. So, weiter im Text. Also, bei Wasser entspricht das Gewicht in Kilogramm dem Volumen in Litern. Das ist natürlich temperaturabhängig, bitte nicht spitzfindig werden. Bei Raumtemperatur, sagen wir mal 20 Grad, hat ein Liter Wasser das Gewicht von einem Kilogramm. Bei Honig ist das allerdings anders. Ein Kilogramm Honig entspricht ungefähr 0,75 Litern Wasser, also dem Volumen von 0,75 Litern. Das variiert natürlich von Honig zu Honig etwas. Honig ist ein Naturprodukt und dieses Verhältnis hat den Bienen einfach keiner mitgeteilt. Kommen wir mal zu unserem 30 Liter Beispiel. Es sind 20 Kilo Wasser im Spiel, die entsprechen 20 Litern. Dann sind 10 Kilo Honig drin und die entsprechen aber nur 7,5 Litern. Es sind also insgesamt nur ungefähr 27,5 Liter im Behälter und nicht, wie gewünscht, 30 Liter. Was jetzt? Rantasten? Geht natürlich, aber es kostet Zeit, weil ihr müsst ja ständig ein bisschen Honig, ein bisschen Wasser dabei packen und da immer noch auf das Verhältnis schauen und es ist im Vorhinein nicht planbar. Dann gibt es eine nervige Lösung. Man kann den benötigten Honig und das benötigte Wasser einfach berechnen. Ich sage nervig, weil es auch eine schöne Lösung gibt, aber wir kommen erst mal zu der nervigen. Für einen 1 zu 2 Ansatz benötigt ihr bei Gärstart ca. 37 Prozent Honig, bezogen auf das Gewicht in Kilogramm. In einer genormten Welt genau genommen 36,3636 Prozent. Wir rechnen jetzt mal. Das Ansatzvolumen von 30 Litern entspricht 100 Prozent. Wohlgemerkt 30 Liter, nicht 30 Kilo. Die benötigte Honigmenge in Kilogramm entspricht den 36,3636 Prozent. Das wären 10,91 Kilogramm. Also 36,36 Prozent von den 30 Litern sind 10,91 Kilo. Die benötigte Wassermenge entspricht dann, ja, jetzt wird es dann richtig nervig. Gleich kommt die einfache Lösung, aber zum Verständnis erst mal weiter mit dem nervigen Kram. Da müssen wir jetzt einfach alle durch. 10,91 Kilogramm Honig werden benötigt. Das müsst ihr jetzt in das Volumen vom Honig umrechnen. Also 10,91 mal 0,75 sind 8,18. Also 8,18 Liter Honig. Der Rest ist Wasser. Dann nehmen wir das gesamte Ansatzvolumen, das ihr haben wollt, von 30 Litern. Ziehen davon 8,18 ab und landen dann bei 21,82. Also mit 10,91 Kilo Honig und 21,82 Litern Wasser landet ihr bei ungefähr 30 Liter Ansatzvolumen. Und ist das nervig und kompliziert? Ja, sagte ich ja. Jetzt seid ihr vielleicht faul und habt keinen Bock auf Rechnerei. So wie ich. Und dann bräuchtet ihr natürlich jemanden, der euch einen einfachen Rechner dazu erstellt und auch irgendwie zugänglich macht, also zur Verfügung stellt. So ein seriöses Computergenie. So wie mich zum Beispiel. Ich habe euch da nämlich was gebastelt. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch gerne auf den Thanks-Button aufmerksam machen. Damit könnt ihr dem Kanal hier eine kleine Spende in der Höhe eurer Wahl zukommen lassen. Und ich würde mich darüber sehr freuen. Ihr motiviert mich damit, durchaus weitere Videos zu produzieren und alles, was ihr spendet, landet natürlich auch im Kanal. Also in dem MedMacher YouTube-Kanal. Aber weiter im Text. Ich habe hier eine Excel-Liste für euch erstellt. Die sieht, wenn ihr die öffnet, so aus. Und einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. In dem Pflichtfeld oben rechts, ich zeige euch das mal mit der Maus, hier, tragt ihr einfach das gewünschte Ansatzvolumen in Litern bei Gärstart ein. Ich habe jetzt hier die 30 genommen. Wir haben ja in dem Beispiel vorher auch von 30 Litern gesprochen. Und wenn ihr hier euer Wunschvolumen eingibt, werden diese vier Werte hier für euch automatisch berechnet. Ihr seht, wir haben hier die 10,91 Kilogramm benötigter Honig und 21,82 Liter bzw. Kilo benötigtes Wasser. Hier seht ihr auch noch das Volumen des Honigs, also die 10,91 Kilo entspricht, wie wir eben berechnet haben, 8,18 Litern. Und da ich sowieso gerade am rumrechnen war, gebe ich euch hier noch die völlig nutzlose Information mit, wie hoch das Gewicht eures Gesamtansatzes in Kilogramm ist. Werdet ihr mit Sicherheit nicht brauchen, aber ich war gerade dabei. Wenn ihr jetzt noch den Zuckergehalt eures Honigs kennt und das hier oben eintragt, rechnet euch die Liste hier unten auch noch den Zuckergehalt eures Ansatzes aus in Gramm pro Liter. Das ist völlig optional. Der Rechner funktioniert für diese vier Werte hier auch ohne dieses Feld. Deswegen ist das hier oben natürlich das Pflichtfeld. Das war es tatsächlich auch schon. Für so ein kurzes Video habe ich mir jetzt mal nicht die Haare geföhnt und mich vor die Kamera gesetzt. Spart mir Zeit. Euch erspart es mein Gesicht. Und das bringt mich zu der Frage, wie findet ihr dieses Format? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ist das gut? Ist das schlecht? Wieder vor die Kamera setzen? Könnt ihr euch das hier in dem Format auch für längere Videos vorstellen? Und nächste Frage, vielleicht habt ihr es schon gehört. Ich habe hier ein anderes Tonsetup, also ein anderes Mikrofon und eine andere Aufnahmequelle benutzt. Ist euch das aufgefallen? Positiv? Negativ? Würde ich mich auch sehr über eine Meinung von euch in den Kommentaren freuen. Wir schnappen uns jetzt erstmal Bier und machen Feierabend. Und euch wünsche ich alles Gute. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Schaut auch die anderen Videos. Gebt auch dem einen Daumen hoch. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.